Wir haben Fräulein Menke alias Franziska Menke zu Gast in unserer nächsten Talkshow. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie diese nächste Talkshow sein wird. Spirituell. Ja, spirituell. Und Franziska Fräulein Menke wird uns jetzt die Karten legen. Genau. Talk, talk, die. Die Karten legen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Kreuz. Ihr habt ja schon die eine oder andere Veranstaltung gemacht. Ich nehme mal das. Ich nehme hier noch eine raus. Was ist es? Das Kröntes. Ich bin aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Immer mit dem Ringfinger. So. Es ist völlig egal, welcher Finger. So. Okay. Jetzt haben wir mal hier ein Kreuz. Ja. Und jetzt? Genau. Gucken wir mal. Das ist es. Ah, das ist die Kaiserin. Guck mal. Das ist doch zum Beispiel schon mal ganz was Schönes mit dem Niederspann. Lotus und so weiter und so fort. Das ist sogar ein Trumpf. Also es kann nur was Schönes, Feingeistiges werden. Der Schwan, das steht auch alles für, ja, Feingeistige. Für mich. Luftgeistige, ne? Positive Sachen hier. Auch der Lotus, die Selbstreinigung und so weiter. Aus dem Schlamm zur Blüte. So kennt man euch. Das Kröntes. Oh, Ritter der Stäbe. Also das ist was ganz, ein fast Feuriges, nach oben strebendes, ne? Großartiges. Auch das Kröntes sozusagen. Das kommt danach, der Gewinn. Also ihr werdet auch irgendwann mal richtig Geld damit machen. Ja! Richtig, ja. Schau mal da. Mütze, 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 Mütze. Sehr unglaublich. Und darauf ruht es. Oh, das ist auch noch Kunst. Siehst du? Oh! Also ich wollte mal sagen. Also weltweit. Alles richtig gemacht. Das ist ja die Alchemie hier. Das ist kalt und heiß. Zusammenbringen in einen goldenen Tegel. Und daraus entspringt überhaupt alles. Also besser geht's gar nicht. Fräulein Menke sagt, alles wird top und ist bei uns beim Talk dort. Und wir freuen uns. Kann nur gut gehen. Ja.